Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Montagmorgen, den 15. Mai 2017. Wir beginnen diese neue Woche mit dem Geek Talk Daily 117 in Nummer. Genau. Wir starten mit den heutigen Themen. Du wirst gesagt, ich bin heute wieder mal alleine in der Daily-Folge. Wir tun einem definitiv nicht gut. Mit den folgenden Themen der 15.000 Euro STG. Windows XP, Fluent Design, Root-Geräte gesperrt, Installation über Weblink, Mobile-Sims, Bedit und Lattice Data. Sofern ich es richtig ausgesprochen habe. Beginnen wir aber gleich mal ein bisschen Microsoft-lastig und das ist auch gut so. Denn an der Microsoft Build 17, der Entwicklerkonferenz von Microsoft, haben sie einen neuen S-Tisch vorgestellt. Der basierend auf Windows 10 IoT und ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Screen, den man in z.B. Restaurants nutzen kann, um den Gästen die Speisekarte in digitaler Form darzureichen, wo man das Ganze dann auswählen kann, bezahlen kann und so weiter. Doch nicht nur das, der Tisch soll auch Intelligenz besitzen. Das heißt, wenn ihr dann ein Kaffee im Gestell bekommt, merkt, dass der Tisch, wahrscheinlich aufgrund eines QR-Codes oder etwas Ähnliches unten dran, und präsentiert euch die Dessertkarte. Schade nur, wenn man, wie ich, kein Kaffeetrinker ist. Was bekommt man dann? Kein Dessert? Nee, ich nehme an, das wird dann andersverleidig funktionieren. Das Ganze ist sehr, sehr dünn gehalten. Schaut interessant aus. Ich möchte so einen Tisch zu Hause stehen haben, im Wohnzimmer oder besser gesagt im Esszimmer. Gehen wir weiter mit Windows. Man besitzt ja, wenn man heutzutage einen Windows-Rechner hat, mindestens Windows 10 drauf. Es gibt ja noch Leute, die haben Windows 7 drauf und vielleicht auch sogar noch Windows XP. Was heisst da vielleicht? Es gibt wahrscheinlich leider noch sehr viele, die das drauf haben. Wenn ihr zu denen gehört, solltet ihr dann die Update-Server anschmeissen, denn da gibt es ein neues Update. Eigentlich gibt es ja sowas nicht mehr, weil Microsoft entwickelt da keine neuen Feature mehr. Was sie aber dennoch machen, grosser Gruß an Richtung Android, da gibt es ja Unterschiede, die liefern Sicherheits-Bugfixes aus. Und genau das ist eben geschehen. Also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, vielleicht auch eure Eltern, die noch mit Windows XP unterwegs sind, updatet die Rechner doch mal auf Windows 10 oder zumindest macht mal das Sicherheits-Update. Auch gab es ein kleines Update bei Windows 10. Was heisst klein? Es ist vor allem grafischer Herkunft, das neue oder das Projekt Neondesign, das ist ja dieses neue, flache, was mir an Windows 10 so extrem gut gefällt. Und da gab es jetzt in der Film- und TV-App ein Update. Wer die nutzt, sollte sich das Windows 10 Creator-Update mal ein bisschen genauer anschauen. kommt im Herbst diesen Jahres. In der Beta darin sind schon eben solche Dinge drin. Und mir gefällt es. Also ich freue mich auf dieses neue Design. Dann gibt es auch Neues zu Netflix. Wenn ihr mit einem Android-Device unterwegs seid und das geroutet habt, für die iOS-Zuhörer, das ist das ziemlich das gleiche wie oder neidliche Vorgang wie das Jail-Breaken, das Ganze zu öffnen und anders zu nutzen, dann schaut ihr eventuell in die Röhre, wenn ihr Netflix-Kunde seid, denn Netflix hat begonnen, geroutete Geräten den Zugang zu Netflix zu sperren. Sicherlich nicht falsch, wenn es betrifft, leider doof, aber so einen Route-Vorgang kann man natürlich auch rückgängig machen, sofern man das möchte. Dann haben wir nochmals was im Bereich Windows 10. Zukünftig soll es möglich sein, Windows 10, also in Windows 10, Apps auch über einen direkten Web-Link zu installieren. Bis anhin muss man da ein paar zusätzliche Klicks machen und draufdrücken und bestätigen und hin und her, weil die App nicht aus dem App-Store kam. Und das wird euch in Zukunft erspart. Sicherlich nicht schlecht, dennoch macht immer die Augen auf, bevor ihr irgendwas installiert aus diesem Internet. Dann ein Ding, was ich nie verstanden habe. Nee, nie verstanden habe, kann man nicht sagen. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu. Habt ihr die Sims gespielt von EA? Da dieses, ich baue mir mal eine Familie, Haushalt, was auch immer mit Anterieur und mehreren Stockwerken und bla bla bla. Ich hatte nie die Zeit. Wer das nachholen möchte, nächstens wird nämlich eine Android- und iOS-Version davon auf den Markt kommen. Wer sich darüber freut, bitte Hände hoch. Ich zähle mal durch. Ja, vielleicht hat er ja und Freude daran. Ich muss ihn mal fragen. Ich nehme an, das wird in der nächsten, oder einer der nächsten Spielefolgen dann auch vorkommen. Dann gehen wir über ins Apple-Lager. Und da habe ich die letzten beiden Neuigkeiten für heute. Apple hat Bedit übernommen. Bedit ist so ein Sleep-Monitor-Gadget-Hersteller. Das ist nicht nur eine App, die euren Schlaf misst, sondern es ist so ein Gadget, das ist ein, wie kann man das beschreiben, so ein kleines, ja, so ein Band, was ihr euch unter die Matratze legt. Ich hatte das mal im Test, aber irgendwie aus welchen Gründen dann nie wirklich mehr richtig verfolgt. Und dieses Band misst dann eben, wie stark ihr euch bewegt und wie tief euer Schlaf ist, etc. Und da man ja von Apple in den letzten Gerüchten und Aufkäufen gesehen hat, dass es stark in Richtung Gesundheit gehen wird, ist der Einkauf sicherlich nicht von schlechter Geschichte. Somit kommen wir zu der zweiten News im Bereich Apple. Und auch da wurde wieder gekauft. Apple hat sich nämlich das Unternehmen Latisse Data gekauft. Das beschäftigt sich vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was es da genau mit sich auf sich hat, wir werden das Ganze verlinken bei uns in den Shownotes. Könnt ihr nachlesen. Und dann seid ihr definitiv schlauer. So in ganz kurz. Das Internet besteht ca. 70-80% aus Daten, die relativ unstrukturiert in diesem Web herumschwirren, sprich nicht maschinenlesbar sind. Und dem hat das Unternehmen auf die Sprünge geholfen und das Internet ein bisschen formbarer gemacht und auslesbarer gemacht. Und genau solche Dinge sind natürlich extremst wichtig, wenn es darum geht, Daten aus dem Internet zu erfassen und die dann euch entsprechend aufbereitet, auf eure Endgeräte zu bringen. Und ja, wir dürfen natürlich sehr gespannt sein, in welche Richtung das fliessen wird und was Apple schlussendlich dann aus diesem Know-how macht. Weil da haben sie sich natürlich die Leute dahinter gekauft und die werden jetzt dann das Ganze in Apple implementieren. Also in die Cloud von Apple und die Geräte logischerweise. Ja, das war's mit meiner ersten Folge der Woche. Ihr dürft euch die nächsten, was haben wir vier Tage noch darauf freuen, habe ich wieder die ein oder andere News für euch bereit. Ich freue mich wie immer, wie das ganze Team auch natürlich über Feedback von euch, sei es über Social Media, über iTunes oder über sonstige Plattformen, wo man Podcasts bewerten kann. Und ja, es bleibt mir noch, euch einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Tag zu wünschen. Euer Pekipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.